Ihr Hokedo, liebe Schützenschwestern und Schützenbrüder, endlich wieder Schützenfest! Musik Was habe ich euch alle vermisst? Drei Jahre fast oder genau 1092 Tage nach den letzten Schützenfestklängen in Sassenwelt und offiziell darf ich euch heute wieder recht herzlich hier auf dem Roten Rausausplatz begrüßen. Hallo liebe Schützen-Schwestern, liebe Schützenbrüder, schon ist der offizielle Teil des ersten Schützenfest-Dages mit uns in der Thunderparty.